Heute stelle ich euch die Schwarze Witwe von Blackbox Feuerwerk vor. Eine 10 Schuss Batterie mit 25 mm Kaliber und 25 Sekunden Brenndauer. Die NEM sind ca. 132 Gramm. Gucken wir uns die Schnelle an. Die Schnelle am Rauch. Das war dann nicht viel dazu zu sagen. Und das sollte man sich einfach machen. So, jetzt die Schwarze Witwe. Schmeckt! Danke schön! Von mir aus hab ich keine Probleme. Das ist nur das erste Mal. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk